Du weißt schon, dass das alles da drauf ist, gell? Du nimmst jetzt nicht schon auf. Doch. Echt jetzt? Ja. Hallo, ihr habt schon. Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe diesmal wirklich ein für meine Verhältnisse sehr cooles Video, da ich meine erste Kooperation hatte und zwar mit Swiss Opa. Das ist folgendermaßen entstanden, da ich angeschrieben wurde und befragt wurde. Ich habe diese Trockenshampoos zugeschickt bekommen, inklusive ein paar Haarkuren und ich würde darum gebeten, sie einfach frei Schnauze zu testen, um mein Feedback dazu zu geben und dieses Video seht ihr jetzt. Auf jeden Fall bleibt bitte bis zum Schluss dran, denn es kommt noch was sehr cooles. Also, viel Spaß. Dann fangen wir mal mit dem ersten an. Und zwar, das ist das rosa von Swiss Opa 40 Flowers Trockenshampoos. Lovely and Flirty. Wie man jedes Trockenshampoo eben benutzt, dass man es erst die Haare gründlich ausbürstet, dann draufsprüht, kurz trocknen lässt, beziehungsweise einwirken lässt und dann kann man das mit dem Handtuch nochmal gründlich durchbürsten, dann wiederbürsten und dann sollte das Ganze fertig sein. Sollte man noch Reste haben, kann man zum Beispiel das durchfüllen. Ich habe mir schon eine Bürste, ein Handtuch und ein Kamm hingelegt. Wie ihr seht, meine Haare sind schon leicht fertig, sag ich mal. Normalerweise wäre jetzt Haarwasschzeit, aber wir probieren es mal aus. Den Duft finde ich schon mal sehr angenehm. Der ist nicht so pulverig und trocken und es riecht echt ein bisschen blumig, also gefällt mir. Das war jetzt das erste Trockenshampoo. Ich muss sagen, ich finde den Duft wahnsinnig schön. Meine Haare riechen jetzt wieder total frisch und blumig, also der Duft gefällt mir wirklich sehr. Ich habe es aufgetragen, es ging super leicht. Das ist halt wie alle Trockenshampoos. Und ich finde auch, dass meine Haare ein bisschen mehr Volumen wieder haben, nicht immer so schlimm aussehen und im Großen und Ganzen auch ein bisschen glänzen. Also das hat anscheinend wirklich schon gut funktioniert und ich finde, so könnte ich zum Beispiel auch jetzt gerne wieder rausgehen. Wäre nicht mehr schlimm. Jetzt nehmen wir mal Runde 2. Heute ist das Gelbe dran und zwar von Swissopar 40 Fruit, Trockenshampoo, die in Sweet. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Man sieht, ich habe mal wieder leicht, ja fertig sind es diesmal nicht. Das ist noch so ein bisschen der Rest vom letzten Trockenshampoo. Aber zumaless ist es wieder an der Zeit. Ja, das riecht ein bisschen, ich weiß nicht, ob es fruchtig ist, aber... Also vom Duft her würde ich sagen, es ist doch, es ist schon fruchtig, aber man merkt, es ist so ein bisschen Orange, Mandarine, sowas in der Art. Man sieht hier vorne zum Beispiel auch Kiwi und Apfel drauf, aber das rieche ich jetzt nicht so ganz. Das erinnert mich so ein bisschen an Mandarine, was sich wiederum so ein bisschen Winter, Herbst erinnert. Aber irgendwas Fruchtiges ist noch mit drin. Doch ist es eigentlich für den Sommer ganz gut geeignet. Wer benutzt? Ich finde es nicht schlecht, es hat die gleiche Wirkung wie das erste auch. Auch vom Duft her gefällt es, obwohl ich das erste immer noch als Favoriten sehe. Das ist immer noch besser, finde ich. Und ja, sie sehen wieder frisch aus, also man kann nichts sagen. Dann schauen wir mal, wie bleibt morgen? Teste ich mal das letzte? Heute testen wir mal das Frottifolz-Strappenschaum für Cool und Trendy. Das ist das dritte von der Reihe, das heißt, ich habe dann alle durch. Dann schauen wir mal, wie das so insgesamt duftet. Also es sind ja so Eisgitale auf diesem Logo drauf, aber das riecht irgendwie hier so schlecht in allem. Ich kann mal kurz. Das war endleicht. Das ging so lala, aber das kann ich überhaupt nicht beschreiben. Ich würde sagen, ein bisschen nach Nivea. Okay. Also ganz komisch. Im Ganzen finde ich es nicht schlecht, aber es hat so ein bisschen eigenen Duft. Also man merkt, umso länger man es benutzt und mehr man aufsprüht, kommt so ein leicht herber Geruch raus, was ich jetzt nicht so angenehm finde. Aber mei, passt schon. Es ist so das dritte Shampoo und es ist irgendwie so auch ein bisschen auf dem Treppenplatz. Diese Haarkuren habe ich speziell jetzt nicht getestet, weil ich sie schon kenne. Ich kaufe die schon jahrelang, wenn ihr mal alte Videos von mir durchscrollt, seht ihr das? Auch ein Video, wo ich euch mal meine Haarpflegeprodukte gezeigt habe, die schon sehr lange alt sind, sehr alt sind. Ich habe euch auch diese kleinen Haarkuren gezeigt und ich bin nach wie vor ein Fan von ihnen, weil sie einfach die Haare komplett geschmeidig und glänzend machen. Und deswegen musste ich sie nicht testen, weil ich eh schon weiß, dass sie sehr gut sind. Ich lasse die meistens auch ein bisschen länger einwirken, weil ich finde, dass sie dann einfach schmeidiger und glänzend sind und ich währenddessen halt rumlaufe, mich schminke oder was auch immer und dann meine Haare auswasche von der Kur. Ja, und nach wie vor mag ich sie sehr, vor allem der Duft ist sehr gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Achtung, jetzt kommt das absolute Coole überhaupt an diesem Video. Ihr habt ja gesehen, dass ich sehr zufrieden mit den Produkten war und das nicht, weil ich sie zugeschickt bekommen habe und weil ich dafür jetzt einfach ein Video machen soll. Da haben mir die Produkte wirklich gefallen und ich sie wirklich sehr gut finde. Durch einen doofen Zufall habe ich zwei Pakete davon gekriegt. Das heißt, ich habe das hier Ganze doppelt. Das ist vorhin nochmals entstanden, da es an meinem ersten, das erste Paket irgendwie verschollt ist und die das nicht mehr zurückgelegt haben und das zu meinem Postfach nicht geschickt worden konnte, sein, was auch immer. Und das eigentlich hätte alles gar nicht funktionieren können. Dann hatte ich eben sie gebeten, dass sie mir vielleicht nochmal ein Paket schicken, da wahrscheinlich das erste Paket zurückgeschickt wird und ich das nicht bekommen werde. Daraufhin wurde mir noch ein Paket geschickt. Ich habe dann die Meldung gekriegt, dass eins endlich angekommen ist. Das war das zweite Paket. Ich glaube ich schon drei Wochen danach oder sowas. Dem Tag, wo ich dann mein Paket abgeholt habe, ist mein erstes Paket, was so das zweite ist, mein erstes Paket auch angekommen und demzufolge hatte ich dann zwei Pakete. Es wurde doch nicht zurückgeschickt, es wurde doch zurückgelegt und die haben das dann halt einfach behalten, bis ich komme. Was der Witz daran ist, dass es einfach mal drei Wochen später angekommen ist, als es geplant war. Aber so soll es sein. Ich habe jetzt zwei Pakete, das heißt, ihr habt Glück, ich durfte das zweite Paket behalten und verlose das an euch. Wie ihr diese Trockenshampoos bekommt? Also, als erstes in dem Paket werden diese drei Trockenshampoos drinnen sein, inklusive vier dieser Haarkuren. Ihr liked mein Video, seid natürlich Abonnent von meinem Kanal und kommentiert mit folgenden. Was würdet ihr gerne über mich wissen? Ich verbinde das nämlich das Ganze dann, dass das nächste Video ein Frage- und Antwortvideo wird und zwar ein Q&A. Schreibt in die Kommentare, egal was ihr wissen wollt, irgendwas über mich, über Balou, wie es uns geht. Ich habe keine Ahnung, whatever. Schreibt es in die Kommentare, damit ihr das nächste Video einfach ein volles Omaros-Frage-und-Antwortvideo wird. Das sind die Pflichten. Abonnieren, liken, kommentieren mit einer Frage an mich. Dann wünsche ich euch viel Glück bei der Verlosung. Die Verlosung wird ungefähr einen Monat laufen bis Mitte Dezember. Das ganze Datum werde ich euch unten nochmal einfügen, wann ungefähr die Verlosung zu Ende ist. Das Datum seht ihr auf jeden Fall unten in der Infobox. Und ich hoffe, ihr kommentiert fleißig, habt viel Spaß und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao! Ciao!